Um Rat bietet oder der Chef eine Stellungnahme erwartet. Im Deutschunterricht ist dies außerdem eine beliebte Aufgabe, um deine Fähigkeiten im freien Schreiben zu testen. Vorbereitung. Mach dir zunächst Gedanken über das Thema, welches Meinung hast du dazu und wie würdest du sie begründen. Aufbauinhalt. Anleitung aufgreifen des Problems. Selbstmeinung. Aufgreifen. Problems. Die Anleitung dient dazu, den Leser auf das Thema einzustimmen. Gehe in diesem Absatz auf die Aufgabenstellen ein und gebe deine allgemeine Meinung zu diesem Thema mit kurzer Begründung wieder. Meinung und Begründung. Begründe deinen Standpunkt und zentriere dich pro Absatz auf einen Hauptgedanken. Was genau du schreibst, der Hemd von der Aufgabenstellung ab. Siebten Schluss. Fass nochmal die wichtigen Argumente für deinen Standpunkt zusammen. Fass. 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 Wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, man kann mir sicher sagen, wie behauptet wird, ich muss zugeben, ich kann nicht lögnen, ich kann mir vorstellen, ich denke, glaube, nehme an, ich persönlich denke, deshalb denke ich, ich bin mir sicher, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir ganz nicht sicher, nicht ganz sicher, weil ich die Sache halt nicht genau kenne. Ich bin nicht davon überzeugt, weil ich gelesen, wie ich gelesen habe, ich bin geteilter Meinung, ich habe eine geteilte Meinung dazu, ich habe dazu keine Meinung, verstanden, danke schön. Es wird alles über Meinung, auch aus Lingole.